Hey! Also Micky, diese Widerstrebigkeit von dir, dass du immer noch behauptest, er würde onehitten, egal was man macht, ich glaub's nicht. Es stimmt doch nicht! Es stimmt doch einfach nicht, Micky! Du bringst mich hier zum Weinen! Hast du überhaupt bemerkt, dass ich dich getroffen hab und du lebst? Hast du bemerkt, dass ich dich getroffen hab und ich dich onehitted hab? Ja, aber das tut doch überhaupt nichts zur Sache! Doch! Nee, Micky, eine Theorie ist dann widerlegt, wenn es einen Gegenbeweis dafür gibt, egal wie viele Beweise es dafür gibt. Ich hab dich mit der Armbrust getroffen und du hast überlebt, das ist der Gegenbeweis! Ich hab dich mit der Armbrust getroffen und hab dich getroffen und ich hab dich getroffen! Oh, ich hab dich schon wieder getroffen und du hast überlebt, mit dem Standardbolzen und das aus drei Metern Entfernung! Micky, jetzt hör endlich auf zu behaupten, der Armbrustbolzen würde permanent onehitten! Tut er auch! Nein! Ich hab doch die ganze Zeit Fraps da gelaufen! Ja, ich auch! Ja! Und meine Schüsse onehitten dich nicht, wie du bemerkt hast! Meine Schüsse onehitten dich! Ja, aber Micky, es reicht ein Gegenbeweis, damit eine Theorie als falsch da ist! Das ist Grundsatz der Wissenschaft! Falsifizierung! Noch nie von gehört! Micky, beantworte mir die Frage, was bedeutet Falsifizierung? Micky, was bedeutet Falsifizierung? Es bedeutet, dass eine Theorie auch... Also, gut, Micky, was bedeutet Falsifizierung? Und wenn du die ganze Zeit Fraps das so machst, da, keine Ahnung! Nein! Falsifizierung bedeutet, sobald eine Wissenschaft... Sobald... Ich hab jetzt überhaupt keine Definierung abgegeben! Ich, ne, ne... Ja, sag jetzt! Du brauchst keine Definition! Erklär's mir! Was heißt Falsifizierung für dich? Wie gesagt! Ich onehette dich nach wie vor! Nein, das heißt nicht Falsifizierung! Hab ich auch nicht gesagt! Ja, aber bitte sag, beantworte mir mal, was Falsifizierung bedeutet! Geht's hier jetzt nicht um... Doch, es geht um Falsifizierung! Ich hab schon wieder überlebt! Und das aus einer lächerlichen, kurzen Distanz! Oh, jetzt Pistole nähen! Hast du kein Messer? Also, Micky, Falsifizierung bedeutet... Nach wie vor, ich bleib bei meiner Aussage one-headed... Micky, Falsifizierung bedeutet... Micky, Fals... Micky, jetzt, jetzt hör mir einmal zu! Falsifizierung bedeutet, dass eine Theorie so lange als richtig angesehen werden kann, bis es einen Beweis gibt, der sagt, dass sie nicht stimmt. Von dem Zeitpunkt an ist sie immer falsch! Micky, es ist ganz simpel an dieser Stelle! Du hast dich geirrt! Es ist einfach so, der Armbrustbolzen one-hitted nicht jedes Mal! Wir haben das drei oder vier Mal in diesem Video gesehen! Du kannst es einfach nicht mehr leugnen! Ich mach mich 다, zum Beispiel. Du kannst es jetzt in dieser Sch Piseadung und DNN abholpen! Ja. Die Schle chapters sind eins bis hier. Ja. Ich viele woo 73! Vielen Dank.